Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute mit einem Set auf das ich mich sehr sehr lang gefreut habe. Ich habe ja letztens den Nicht-Ferrari-Formel-1-Wagen, der aber trotzdem so der beste Formel-1-Wagen war in Speed Champions Größe euch vorgestellt, den ich bis dahin gebaut hatte. Und da haben mir einige Leute vorgeschlagen, schau dir doch auch mal von Rast an, was ich mir vorgestellt habe. Und ich meine, vielleicht geht es euch so wie mir in dem ersten Moment, die Sets kennt man gar nicht so wirklich, wenn man das das erste Mal sieht oder liest. Und das liegt sicherlich auch an dem Preis, denn diese Sets kosten, wenn man sie in Deutschland jetzt direkt kaufen würde, um die 40 bis 45 Euro. Und nur im China-Eigenimport bekommt man sie für 20 bis 26, Übergrenze 30 Euro. So habe ich es auch gekauft und das ist natürlich trotzdem noch ein sehr sehr stolzer Preis. Für ein Set in Speed Champions Größe. Ich meine, wir sind hier preismäßig über der UVP von den LEGO Speed Champions und die ist meiner Meinung nach gerade jetzt nach der neuesten Preiserhöhung auch schon übertrieben. Aber was ist an diesen Rastasets so besonders? Punkt 1 ist schon mal, das Ganze ist wirklich lizenziert. Wir haben hier nicht irgendein Red Bull ähnliches Fahrzeug, sondern wir haben hier wirklich den Oracle Red Bull RB19 lizenziert von Red Bull Racing und damit das Weltmeisterfahrzeug aus 2023. Ein super dominantes Fahrzeug, beide Weltmeisterschaftstitel mit Leichtigkeit eingesammelt. Und das haben wir hier eben wirklich mit Lizenz und nicht nur angelehnt. Und das ist natürlich schon mal gerade bei alternativen Herstellern eine Besonderheit. Kada arbeitet da ja momentan etwas dagegen, dass es dort auch mehrere Lizenzmodelle gibt. Aber gerade hier im Formel 1 Bereich ist das natürlich für die Speed Champions einmalig, wenn man von LEGO wegschaut. Ich habe die Variante mit der Originalverpackung gekauft und bin dann am Ende auf 25 Euro gekommen bei URWOP. Das ist jetzt leider ausverkauft, aber das ist natürlich so die alte Speed Champions UVP, wo man für ein lizenziertes Set, was auch etwas Besonderes sein soll, natürlich noch mitgeht. Für 40 Euro kann ich aber jetzt schon sagen, egal wie gut dieses Set wird, würde ich es wahrscheinlich nicht kaufen. Wo ich mich aber besonders drauf freue und jetzt schon auf dem Bild sehr drauf freue, sind die Reifen. Auch diese Reifen für Mox auszuschlachten ist sicherlich eine grandiose Sache. Ich bin da sehr gespannt drauf und wir schauen uns die zusammen an. Die Box ist sonst recht designneutral. Wir haben hier nur noch mal auf der Seite etwas zur Lizenz. Und zwar haben wir hier Sergio Perez abgebildet. Auf der anderen Seite haben wir dann Supermax Verstappen abgebildet, jeweils mit den Fahrzeugen. Und auch auf der Rückseite sieht man das Set noch einmal aus verschiedenen Perspektiven. Und man sieht auch, das sind 333 Teile in dieser Packung. Aber das Interessanteste ist wie immer nicht die Packung. Dementsprechend machen wir das Ganze doch mal auf und schauen uns zusammen die Steinetüten und die Anleitung an. Wie so oft im Leben haben sich bei diesem Auspacken schon mal wieder Höhen und Tiefen abgewechselt. Einen sehr positiven ersten Eindruck habe ich von der Verpackung der Steine bekommen. Wir haben auf 333 Bauschritte hier drei wirkliche Bauabschnittstüten und das Ganze ist auch sortiert. Das zeugt schon mal davon, dass sich hier viele Gedanken gemacht wurden. Zu kritisieren ist vielleicht, dass hier wirklich die Plastetüten noch einmal auch mit Plastik ummantelt sind. Das hätte man sich gerne sparen können. Der zweite positive Eindruck war dann, dass die Felgen schon mal richtig gut aussehen auf den ersten Blick durch die Packung. Und auch die Räder durch die Packung schon mal einen guten Eindruck machen. Aber die schauen wir uns natürlich dann gleich ausgepackt an. Und der nächste gute Punkt, der direkt auffällt, hier schimmern Prints durch die Tüte. Und da bin ich etwas naiv geworden und habe schon gedacht, ist hier vielleicht alles geprintet? Und dann kam etwas kleines Negatives dazwischen. Aber etwas, das ich dem Set jetzt nicht groß vorwerfen würde. Denn es ist natürlich nicht alles geprintet. Das ist der Stickerbogen dazu. Das sind auch einige Sticker. Irgendwo klar, weil sie ja jetzt hier alle Sponsoren auch abbilden wollen auf dem Fahrzeug originalgetreu. Weil sie ja die Lizenz dafür haben. Und natürlich war das ein bisschen Tagträumerei zu denken, dass hier alles geprintet sein könnte. Aber richtig cool wäre es natürlich gewesen. Gerade im Hinblick auf den Preis. Und dann haben wir auch noch die Anleitung. Auch diese noch mal in einer Plastiktüte eingepackt. Würde man halt einfach nicht brauchen. Die Anleitung ist in einer Heftform. Die Papierqualität ist völlig in Ordnung. Und auch die Druckqualität macht einen guten Eindruck. Was mir als Formel 1 Fan natürlich auch gefällt, dass wir hier ein paar Informationen zum Fahrzeug noch einmal dastehen haben. Man muss aber natürlich des Englischen mächtig sein, sonst wird das leider nichts. Und dann haben wir noch ein paar Detailaufnahmen von dem Fahrzeug, die natürlich eine gewisse Liebe zum Detail und eben auch Qualität versprechen. Hier haben wir noch die üblichen Erklärungen für solche Klemmbausteinsets. Und dann geht es hier auch direkt los. Auch hier ist es vielleicht etwas übertrieben für ein Set in Speed Champions Größe. Aber sie hätten gerne noch ein paar mehr Infos reinschreiben können. Und vielleicht noch ein paar mehr Bilder vom originalen Fahrzeug reinpacken können. Denn man kauft ja ein Lizenzprodukt. Und das ist so eine gewisse Wertigkeit, die man da erwartet. Und die wird hier auch versprüht im ersten Teil. Geht aber auch dann sehr schnell wirklich verloren. Ich finde, da hätten sie noch so einen kleinen Tick mehr machen können. Auch das aber überhaupt keine große Kritik. Denn, und das ist ja auch irgendwo das Wichtigste, die Abbildungen des Baus sehen auf den ersten Blick sehr, sehr gut aus und auch eindeutig. Ich denke, hier kann nicht sehr viel schief gehen. Und es wird hier nichts ausgegraut oder verblasst dargestellt, sondern alles weiter und in Vollfarbe dargestellt, wenn es gebaut wird. Nach 102 Bauschritten, beziehungsweise hier auch Stickerklebeschritten, ist das Set dann fertig. Das Ganze passiert auf 60 Seiten. Und wir haben hier dann nochmal ein paar Bilder von der Originalverpackung. Und diese Liste voll Warnungen. Hinten ist die Anleitung dann designneutral. Schade finde ich, dass wir hier gar keine Teilliste dabei haben. Ich denke, wir haben jetzt schon sehr lange über den ersten Eindruck und das Auspacken von dem Set geredet. Ich bin sehr gespannt, wie die Steinequalität hier performt. Wir haben ja noch nie etwas zusammen von Rasta gebaut. Und dementsprechend fangen wir jetzt auch an zu bauen und schauen uns das Ganze wirklich beim Bau an. Und ich würde sagen, wir sehen uns nach dem ersten oder zweiten Bauabschnitt wieder, je nachdem, wann es etwas Wichtiges zu erzählen gibt. Und wir sehen uns das erste Mal nach dem ersten Bauabschnitt wieder. Es gibt doch ein paar Sachen, über die wir mal reden können. Zuerst einmal auf jeden Fall etwas Positives. Und das ist die Steinequalität. Die Steinequalität von der Verbaubarkeit ist richtig, richtig klasse. Also sie ist eigentlich genauso wie vom großen L. Also wenn ich die Augen zumachen würde und würde mit diesen Steinen hier bauen, würde ich sagen, das sind Steine vom dänischen Hersteller. Das sind sie aber nicht. Unschwer zu erkennen daran, dass nicht Lego auf den Noppen steht. Auf jeden Fall sind die aber richtig, richtig gut. Und damit habe ich von der Verbaubarkeit eine Menge Spaß. Auch die Oberfläche macht bisher einen guten Eindruck. Wir haben zwar leichte Kratzer drauf und auch ganz leichte matte Stellen. Das ist aber auf jeden Fall viel, viel besser als von so manchen anderen Herstellern. So gut wie von Lego sind die Oberflächen noch nicht. Aber hier haben wir vergleichsweise für den alternativen Hersteller eine wirklich gute Qualität. An Lego kommt da meiner Meinung nach sowieso noch kein alternativer Hersteller wirklich ran. Worast da aber auf jeden Fall Lego übertrifft, ist die Qualität der Prints. Also die sehen richtig, richtig gut aus. Aber ich habe bei den Prints so ein paar Fragen. Ich habe jetzt zum Beispiel die 1 als Weltmeister Startnummer von Max Verstappen am Auto markiert. Wir haben auch nochmal die Ersatzfliese für Sergio Perez mit der Startnummer 11. Aber man sieht es an der Nase zwar nicht sofort. Hier gibt es aber doch etwas, was mich sehr verwundert hat. Denn man hat die Nase hier auch seitlich bedruckt. Wenn ich euch jetzt aber eine Anleitung zeige, dass man dann hier vorn diesen gelben Teil und die zwei Seiten nochmal mit einem Sticker beklebt, obwohl ja auch schon die Seiten bedruckt sind und die Fliese ja auch von hier schon bedruckt ist, dann verwundert mich das doch sehr. Denn die Sticker dort halbwegs ordentlich anzubringen, ist schon eine Herausforderung. Und für mich ist es etwas unverständlich, warum an dieser Stelle auf einmal Sticker ran sollen, wenn das Teil an sich auch schon bedruckt ist und vor allen Dingen ja auch die Seite oben schon bedruckt ist und hier jetzt auf einmal die Sticker drauf kommen sollen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie hatten Angst, das Gelb auf das Blau zu drucken, weil das vielleicht farbenmäßig schief gehen könnte. Aber ich meine, es hat ja mit den weißen und den hellgrünen Prints auch wunderbar funktioniert. Also sie hätten das sicherlich auch mit dem Gelb hinbekommen. Und selbst wenn dort ein wenig Blau noch durchgeschimmert hätte, ist es besser, als wenn hier vorn die Sticker irgendwo schief aufgeklebt werden und man sie vielleicht nochmal abreißen muss und nochmal aufklebt und dann diese Wellen in dem Sticker sind und der Sticker sehr schnell abfährt. Also wenn sie das wenigstens dann konsequent durchgeprintet hätten, hätte mir das besser gefallen. Dieses Teil hier vorne ist übrigens auch geprintet und die zwei Teile vom Frontflügel hier, das sind Sticker. Die Konstruktion gefällt mir bis hierher sehr gut. Man sieht auch schon, wir gehen hier wirklich in die Detailtreue rein und ich hoffe natürlich, dass das so bleibt und dementsprechend baue ich jetzt auch weiter und wir sehen uns dann gleich nach dem zweiten Bauabschnitt wieder. Und wir sehen uns das nächste Mal nach dem 69. Bauschritt und damit nach dem zweiten Bauabschnitt. Obwohl das mit den Bauabschnitten hier gar nicht mal so eng gesehen wird, denn wir haben zum Beispiel jetzt im zweiten Bauabschnitt auch vier Teile aus der Tüte 3 benötigt. Das war so etwas verwirrend, aber okay, es gibt da auf jeden Fall schlimmere Probleme, auf die man stoßen kann. Generell kann man aber zu diesem Set schon mal sagen, das ist nicht unbedingt was für Anfänger. Wir haben hier für so ein Speed Champions ähnliches Set doch recht komplexe Bautechniken, die man sonst von Sets dieser Größe eben nicht gewöhnt ist. Und gerade Leute, die nur Lego-Sets gewohnt sind und da vielleicht auch eher kleinere Lego-Sets, die können mit diesem Set hier durchaus Probleme bekommen. Das ist auch gar nicht abwertend gemeint, aber es ist natürlich traurig, wenn vielleicht ein kompletter Klemmbausteineinsteiger hier seinem Kind dann dieses Set kauft, wegen der Lizenz und das Kind es dann vielleicht nicht so wirklich gebaut bekommt oder auch ein Erwachsener, der eben auf die Formel 1 steht und dieses Set kauft und dann eben nicht wirklich Freude damit hat. Denn man hat hier ein paar Stellen, die etwas komplizierter sind, was ich auch gar nicht schlimm finde, denn ich finde es auch cool, wenn hier ein paar kompliziertere Bautechniken drin sind. Wie gesagt, alles im überschaubaren Rahmen, aber eben mehr als man das von Speed Champions sonst gewöhnt ist. Und ich persönlich habe daran auch sehr viel Freude, aber gerade für jemanden, der sonst noch keine Alternativen groß gebaut hat, ist das vielleicht nicht unbedingt das erste Set, was er von einem alternativen Hersteller oder generell von Klemmbausteinen bauen sollte. Wir haben in diesem zweiten Bauabschnitt noch das Monocoque vervollständigt und alleine hier sieht man wieder für den Maßstab wirklich sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Wir haben hier auch wirklich mehrere Tiefen drin und das ist wirklich für ein Formel-1-Wagen in Speed Champions bisher das absolut Detailreichste, was geht. Und genau aus diesem Grund benötigt man natürlich auch die Bautechniken, um am Ende so ein Fahrzeug so detailreich darzustellen in der Größenordnung, damit es am Ende auch noch gut aussieht. Bevor wir jetzt aber zum großen Finale kommen, nochmal ein kurzer Blick auf das Lenkrad. Ich finde das Formteil, was wir hier haben, eigentlich echt cool, zumindest von der Form, weil es eben ein Formel-1-Lenkrad gut darstellt. Die Creme de la Creme wäre natürlich für mich gewesen, wenn wir da noch ein Print drauf hätten, denn so sieht es so ein bisschen aus wie ein schwarzer Controller und wir haben eben keine Knöpfe zum Verstellen drauf. Da ist ja das Formel-1-Lenkrad wirklich in echt voll gepflastert und das vermisse ich so ein wenig auf diesem Lenkrad als Print oder meinetwegen auch als Sticker. Wir haben hier sowieso genug Sticker, aber dass es komplett schwarz bleibt, finde ich etwas schade. Trotzdem bleibt natürlich festzuhalten, das ist bisher ein richtig gutes Set. Ich habe sehr, sehr viel Spaß damit und ich hoffe natürlich, dass das auch bis zum Ende so bleibt und dementsprechend baue ich das Ganze jetzt zu Ende und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Red Bull RB19 wieder. Und damit ist der Red Bull RB19 von Rasta auch schon fertig. Momentan noch ohne Sticker, aber keine Angst, die klebe ich natürlich noch auf und ihr seht dann auch im Laufe des Videos immer mal ein paar Detailbilder eingeblendet von dem ganzen Fahrzeug mit Stickern. Aber auch ohne Sticker sieht das schon richtig, richtig gut aus, finde ich und genau deshalb zeige ich euch ihn auch erst mal ohne Sticker. Wir haben ja hier vorne die Prints, die haben wir schon besprochen und die helfen natürlich bei der Farbgebung des Sets, zumindest der Front schon mal sehr weiter, sodass man auch an der Seite nur bestimmte Sticker aufkleben muss und wenn man da keine Lust drauf hat, nicht den gesamten Bogen, sodass man hier auf jeden Fall den Red Bull erkennt. Das beste Ergebnis aussehensmäßig wird man natürlich trotzdem mit Stickern erreichen. Aber allein schon durch die guten Bautechniken, die wir hier haben und die wirklich tollen Reifen und die Felgen hat man hier schon ein sehr, sehr gutes Bild und man erkennt auf jeden Fall die Generation dieses Formel 1 Fahrzeugs, ohne dass man es auf der Packung gesehen hätte und das ist schon eine große Leistung im Speed Champions Maßstab und konstruktionsmäßig sowie aussehensmäßig meiner Meinung nach absolut unangefochten auf der Nummer 1. Da können auch für mein Empfinden die Sets von Lego nicht mithalten. Das liegt natürlich einmal an der tollen Steinequalität, die ich besprochen habe, die mindestens auf dem Niveau von Lego ist. Das liegt auch an schönen Prints, die dabei sind, wenn auch natürlich sonst der Stickerbogen leider noch sehr groß ist. Das liegt an solchen kleinen Details, wie das man eben aussuchen kann, ob man hier ein Fahrzeug von Max Verstappen oder von Sergio Perez Bauten mit der bedruckten Fliese und auch nochmal verschiedenen Stickersätzen. Das Nonplusultra wäre natürlich, wenn man auch die Teile, auf denen die Sticker beklebt werden, noch einmal als Ersatzteile dabei hätte, aber die kann man sich auch nochmal relativ leicht nachkaufen. Die Reifen sind absolut einzigartig, ich habe das jetzt schon öfter erwähnt und auch für Mox sind die richtig, richtig cool, wenn nur der Anschaffungspreis des Sets nicht so relativ hoch wäre. Wir haben auch bei dem Set einiges an Ersatzteilen dabei. Da haben wir natürlich die bedruckte Sergio Perez Fliese, in meinem Fall, weil ich ja die Max Verstappen Variante gebaut habe und wir haben hier noch einige kleinere Teile. Also wenn man hier mal beim Bau was runterfällt, ist das kein Problem. Auch hier ist die Philosophie ähnlich wie bei Lego, obwohl wir hier auch nochmal etwas größere, in Anführungsstrichen, Teile dabei haben, wie zum Beispiel eine schwarze 1x4 Fliese. Sowas kann man immer mal gebrauchen. Auch wirklich bemerkenswert finde ich es, dass hier das meiste Brickbild ist. Wir haben hier wirklich sehr, sehr wenige Formteile und dort, wo sie eingesetzt werden, sind sie, damit die Optik am Ende so gut ist, auch alternativlos. Das haben wir zum Beispiel bei den Spiegeln hier, da sind die Formteile einfach nötig und durch diese filigranen und auch noch bedruckten Spiegel sieht das am Ende auch richtig gut aus. Die Reifen haben wir hier in der gelben Medium-Variante, auch wirklich mit dem Hersteller dabei. Und was ich richtig cool finde, die Reifen sind toller Gummi, also kann man auch ordentlich eindrücken und damit auch so ein Walzen nachspielen, was ja bei Formel 1 Reifen auch der Fall ist durch die unglaublich hohen Kräfte, die in dieser Rennserie herrschen. Cool ist natürlich auch, das sieht man in der Draufsicht, wir haben vorn dünnere Reifen als hinten. Hinten haben wir die richtig schön dicken Walzen für die Traktion und vorne dann die etwas dünneren Reifen. Das gefällt mir ziemlich gut. Funktionen haben wir bei dem Set nicht unbedingt, außer natürlich es rollt, das muss dieses Set auch haben, aber sonst ist hier nicht viel dabei und das ist auch nicht zum Bespielen gemacht. Also hier fallen durchaus ein paar Sachen ab, wenn man es an den falschen Stellen anfasst. Es ist nicht so, dass das sofort auseinanderfällt. Man kann das bedenkenlos durch die Gegend tragen, aber ein wildes Spiel hält dieses Set nicht aus. Dafür ist das Set aber natürlich auch nicht gemacht. Mein Fazit für dieses Set ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, wenn ihr auf die Red Bull Fahrzeuge oder eben auch auf Alfa Romeo steht und bereit seid, diese 25 Euro im eigenen Port dafür zu bezahlen. Die 40 Euro oder noch höhere Preise, wenn ihr es in Deutschland direkt kauft, würde ich euch nicht empfehlen. Das ist es dann leider einfach nicht wert, auch wenn das Set trotzdem großartig ist und es ein echter Hingucker im Regal ist. Ich hatte sehr viel Spaß damit beim Bau und es sieht am Ende auch richtig, richtig gut aus. Also im Speed Champions Bereich für mich momentan Rasta hier mit den besten Formel 1 Autos, die aber durchaus ihren stolzen Preis haben. Deshalb, ich habe euch ja auch von MG diesen kleinen Flitzer hier vorgestellt, da er ein Nicht-Formel-1-Ferrari ist. Wir haben da natürlich einige Sachen, die nicht so cool sind wie bei diesem Fahrzeug. Keine Frage, erster Punkt sofort die Reifen. Auch die Detailtiefe bei den Seitenkästen ist hier einfach nicht gegeben. Wenn wir aber jetzt drüber reden, dass die beiden Fahrzeuge im Eigenimport hier 25 Euro kosten und dieses Set um die 10 Euro und das von MG dann auch noch mit einer Minifigur kommt, dann hat man hier richtig viel Spaß. Und deshalb bleibt dieses Set meiner Meinung nach immer noch der Preis-Leistungs-Sieger von der Schönheit, der Bautechnik und der Detailtiefe ist natürlich dieses Set von Rasta dann aber weiter vorn. Wenn ihr natürlich selber Erfahrungen mit so einem Rasta Formel 1 Wagen habt, schreibt die gerne in die Kommentare und vielen, vielen Dank nochmal an euch als Community, dass ihr mir das vorgeschlagen habt, denn vielleicht wären sonst diese Sets an mir vorbeigegangen und das fände ich schon sehr schade, da hätte ich auf jeden Fall etwas verpasst. Wenn euch natürlich diese Review gefallen hat, dann lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben und einen Abo daumen in Zukunft, nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.